Was ich auch nicht verstehe, ist, wenn konservative Politiker von den Neuankömmlingen fordern, dass die sich an unsere gemeinsamen europäischen oder gemeinsamen deutschen Werte anzupassen hätten. Ich frage mich dann immer, von welchen Werten reden die denn überhaupt? Man muss sich ja nur mal Umfragen angucken, um zu sehen, es sind immer etwa 50% für die liberale Idee und etwa 50% dagegen. Also, wo gibt es eine Idee, an die 100% der Bevölkerung glauben? Vorschläge. Bier. Bier, das wurde neulich auch schon reingerufen, da hat sofort jemand geantwortet, nein. Ich glaube, es gibt wirklich keinen Wert, an den alle glauben. Ich weiß auch nicht, wie viel Prozent erfüllt sein müssen, bis es ein deutscher Wert ist. Also, wir müssen 75% dran glauben oder 66% oder 50%. 80%. 88%. Publikum in Heidelberg nicht mehr fragen. Ich glaube, es gibt in Europa zwei konkurrierende Wertesysteme, und zwar den Kapitalismus und den Humanismus. Das sind die großen zwei Wertesysteme, die miteinander konkurrieren, und ich glaube, im Schnitt sind wir Europäer alle humanistische Kapitalisten. Was bedeutet humanistischer Kapitalismus in der Praxis? Es bedeutet, wir beuten andere aus, fühlen uns aber schlecht dabei. Das ist humanistischer Kapitalismus. Kapitalismus in der Flüchtlingspolitik bedeutet humanistischer Kapitalismus, wir erschießen keine Menschen an den Außengrenzen, das ist unmenschlich. Nein, wir lassen sie ertrinken. Wir glauben, dass Mord falsch ist, töten durch unterlassene Hilfeleistung aber gut. Zu hart.